So, heute hat es mich mal zum Strand nach Martinique ein bisschen verschlagen. Und der Meer hat irgendwie einer sein Boot abgestellt. Und das liegt aber schon ein bisschen länger, glaube ich. Das ist nämlich schon sehr voller Moos. Wieder super Wasser, warm, glasklar, wie man sieht im Video. Und ja, wieder drei Stunden, dann gehts wieder aufs Schiff. Und dann schauen wir weiter. Strand ist ja gut und schön, da müssen jetzt immer so viele Leute sein am Strand. Ich glaube, das kann man sich nicht aussuchen. Leider. Aber egal. Tja, so ist der Tag auch schon wieder vorbei am Strand. Drei Stunden später, war leider nicht viel dran. Aber hat vollkommen ausgerechnet mit dem schönen Wasser und so. Achso, ich wollte ja hier nochmal... Hab ich das schon gezeigt, dieses Schiff, das hier um der Ecke steht? Würde es bei uns wahrscheinlich nicht so sehen. Da wäre das gleich wieder verschwunden. Würden sich irgendwelche Leute dann wieder schön aufmotzen. Aber hier liegt das Ding einfach am Strand und da kann man so ein paar schöne Fische sogar sehen. Soviel zum heutigen Tag. Morgen gehts auf eine Insel bei Guadeloupe. Schön Katamaranfahrt. Lass mich überraschen. nearller Fische. Wäsche. 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 Bang콕. Wäsche. 4 D mehrilos.